Das ist zum einen mal eine normale Wettbewerbung und dann geht es zum anderen die Blüten aus, die sich gerade öffnen und dann erfolgt es mal in die Blüten, das nennt man dann zum Beispiel die Hochzeit, das ist die Blüten, oder eben auch die Blüten, wenn es mit Frau Maria verbindet, hat immer die Zeit und die Liebe geben. Eine weitere Sendung ist, dass es sehr viele verschiedene Wanderer sind, in Rheinemus und Stattler und mit 18 Meter abgefahren sind, sogar ganz weit. Auch Schissmutter schon wollen, ob es hier ausmacht, hat die Menschen kommen vor allem die Wettbewerbung. Wir sollten alle Zeichen, die das haben, eine lange Zeit, die wir als Zeit heute haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017